Einen schönen guten Morgen oder guten Tag. Es müsste jetzt irgendwas Freitag, 12 Uhr sein. Ich bin eigentlich nur hier, um Ihnen zu sagen, dass die Freitagssendung ausfällt, beziehungsweise verschoben wird. Also wenn Sie heute 12 Uhr eine Sendung erwarten, die musste ich leider zumindest verschieben vielleicht auch ändern. Wir werden es sehen. Sinn und Zweck zu dieser Geschichte ist, ich habe eine Einladung bekommen und zwar per Mail heute Morgen zu einer Pressekonferenz eines sehr großen Uhrenherstellers. Eine Pressekonferenz in Genf auf der Watches and Wonders. Und diese Uhrenhersteller und die Messe war eigentlich Thema des Videos, was heute um 12 Uhr rauskommen sollte. Jetzt habe ich natürlich überlegt, ich kann das Video senden und heute Abend, am frühen Abend ist die Pressekonferenz, wird das ganze Thema nochmal umgeschmissen. Das ist ein bisschen blöde. Oder, natürlich bin ich auch ein bisschen stolz, ich wurde sehr persönlich eingeladen mit allem drum und dran. Ich soll doch da mal kommen, darf aber nicht sagen, welcher Hersteller es ist bis am Montag noch nicht. Also habe ich mir gesagt, komm, fahr doch einfach mal hinfliegen, ist nichts aus dem Saarland nach Genf, es sind so 5,5 Stunden, dann dürfte ich da sein. Also fahre ich jetzt gleich los. Aber bevor Sie mich vermissen um 12 Uhr und auf einmal Suchanfragen schicken oder sich der eine oder andere Uhrenhersteller schon freut, juhu, der Strom ist verschwunden, wollte ich nur kurz Bescheid sagen. Es findet morgen auf jeden Fall eine Sendung statt. Also am Samstag wird auf jeden Fall gesendet. Entweder so wie gehabt oder umgeschnitten. Das werde ich dann auch noch heute Nacht machen, sollte sich wirklich etwas zu diesem Thema ändern. Und dann wird morgen am Samstag, irgendwann am Vormittag, wird dann gesendet. Wollte das nur kurz sagen, wie gesagt, bevor Sie mich vermissen. Sie sehen, das Studio ist ja noch komplett auf Podcast umgebastelt. Daher, wenn Sie das sehen, bin ich wahrscheinlich schon unterwegs. Ich mache mich jetzt auf die Socken. Ich habe alles da. Handy habe ich da, Geld ist da. Vignette habe ich. Ich werde jetzt noch da hinten ein Hemd und eine Weste einpacken. Und dann bin ich auch schon weg. Wir sehen uns morgen, irgendwann am Vormittag. Okay, danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.